So meine Diggers und Diggeriners, wir stehen in einem handelsüblichen Kornfeld. Was befindet sich neben mir? Ein handelsüblicher Säbelzahntiger in einem Kornfeld. Und wisst ihr, was ich damit machen kann? Reiten! Guck dir das an, guck dir dieses Tier an. Guck mal hier, der kann auch schleichen. Guck mal, das ist auch geil. Der legt sich dann richtig durch die Lauer und schleicht dann. Da, guck's dir an. Mega gut. So, pass auf, guck mal her. Guck mal, wir wollen mal reiten hier. Komm her, hallo. Hallo. Sag mal, wo willst du hin? So. Erstmal streichen. Schon mal jemand, weil ich einen Säbelzahntiger gestreikt habe? Da. Naja, wenigstens geht es ins Spielen. Alter Vater. So. Wir reiten. Das heißt, wir haben auch noch ein schnelleres Fortbewegungsmittel. Guck mal, wie schnell das jetzt geht. Oh. Geht das? Ne, ne, ne. Das wollte ich gar nicht ausprobieren. Au. Kannst du schwimmen? Weiß nicht, kannst du? Oh. Oh. Ja, äh, nö. Aber, oder? Ne, er will nicht. Nein, er will nicht. Okay. Wie die typische Katze halt. Alter, guck dir das an. Ach. Mit F greift er an. Das ist ja nice. Ja, Freunde, wir reiten einen Säbelzahntiger. Mega nice. Freunde, die ganzen Wölfe haben Angst davor und rennen automatisch weg, wenn ein Säbelzahntiger kommt. Das ist super cool. Ich bin gerade auszusehen gegen einen Baumland. Oh nein. Keine Zeit. Keine Zeit muss reiten. Boah, guck dir das an. Aber ruhig mal ein bisschen langsamer hier. Ja, genau. Trab mal eine Runde. So. Jetzt kannst du wieder Gas geben. Ist das cool. Ich reite den Scheiß-Säbelzahntiger. Das ist so cool. Nice. So. Mit 25.000 Kilometer pro Stunde rasen wir rein. So. Jetzt sind wir bei der Mission. Die Maske von Krati. So. Und ich muss da hoch. So. Es ist Zeit abzusteigen. Auch wenn das so viel Spaß macht. Ich bin den ganzen Tag mal. Wie geil das aussieht hier. Mal ganz ehrlich. Ich mach nochmal kurz langsamer. Geil, oder? Richtig gut. Bzw. ich muss da kaum noch nicht... Muss ich hoch oder rein? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, ich werde es sehen. Vielleicht kann man ja sowohl als auch. Mal gucken. Aber das sieht gut aus. Ja, das sieht sogar sehr gut aus. Ach, du ahnst es nicht. Das ist das Glühbirnchen. Erstmal hier ganz, ganz schnell. Lass mich hier alles auschecken. Das kann ja nicht sein hier. Ich, dass ich irgendwas so gleich übersehe. Und dann habe ich den Salat. Ah, wie gut das ich immer so geguckt habe. Ist hier unten irgendwas? Ne? Ne, unten ist soweit alles clear. Mehr oder weniger. Ich glaube, so mäßig Stealth, äh, wird das nix. Aber kann ich nicht unsere Bombe für die bauen? Hier, für die Jungs. Stachelbombe. Hinschirm, Köder. Ne. Oder? Kann ich das irgendwie bauen? Stachelbombe. Diese Flugbomben. Kann ich nicht bauen, oder was? Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Das finde ich so ein bisschen sehr doof. Ach so, nein, noch mal, oder was? Uah. So, jetzt geht's aber los. Ich könnte den guten Tiger zwar reiten, aber... Uah. Die Frage ist jetzt... Macht er denn meinen Säbelzartikel... Sag mal. Der macht auch, was er will. Der scheucht die alle auf. Nein. Ich kann den nicht holen. Next, Ninja. Ohohohohohohohoho. Wo, was ist das? Was ist er denn? Äh, bitte? Au. Das ist scheiße. Also nehmen wir das jetzt nicht persönlich, aber der, der andere da ist echt wichtiger als... Oh nein. Oh, geht doch, Alter. Ich brauche Deckung, ich brauche Deckung, und zwar sofort. So, die erste. Durch die Maske. Jawoll. Ich treffe die alle in einem Brotstil, das ist echt der Hammer, ey. Ups. Huch. Au. Was ist er denn? Gute Nacht. So. Kannst schon mal hier besuchen, hier. Alter, 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 Alter. Au. Alter, wer ist er denn? Ja, soll ich mal zeigen, wer ich bin? Lass mal stehen, du Sack. Warum rennt der denn weg? Oh. Alter, Alter, Alter. Gott sei Dank, ich bin noch Fleisch mitgenommen. Das könnte sonst ein bisschen knapp werden hier, die Scheiße. Und weg, also sehr schön. So, jetzt haben wir gleich die Maske von Krati und damit ein gutes Druckmittel gegen Batterie. Hoffe ich. Batterie. Batterie. Scheiße, nein. Nein, 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 jetzt setze ich das durch. Ah. Oh nein. Oh, egal. So. Batterie. Ihr Bruder heißt Alkali. Oh mein Gott, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Oh nein. Ne, am Arsch hatte ich meinen Säbelzahntjäger. Ich, heute meinen Säbelzahntjäger nicht. Niemals. So. Alter, wie das aussieht. Ich will den erstmal wieder zurück haben. Wo ist mein Säbelzahntjäger? Ähm. Habe ich den schon? Nein, wollte ich gerade sagen. Jaguar. Blutfang. Schneeblut. Großer Narbenbär. Seltener Streifen. Da, Säbelzahntjäger. Komm her. So, den schmeiße ich nochmal kurz runter hier. Und damit haben wir die Maske. Oh, oh. 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 Als ob man das nicht hört. Wenn ja... Wenn ja hier gerade im Klet... Du hast da! Ist ja doof, oder was? Ja, da stand doch jetzt... Da stand doch noch einer. Nice and slow. Nix, Ninja. Sehr schön, sehr schön. Jetzt schnell raus. Ja, wenn man schnell ist, funktioniert das. So. Verlade, die es nicht wissen, die das auch spielen mit C-Rutschmann. Oh, fuck. Ja, diesmal war ich zu langsam. Was holen wir? Boah. Ja, meine Digga sind Digga rein. Leider gab es hier einen kleinen Cut an der Stelle, weil meine Festplatte vollgelaufen ist. Mal wieder. Aber jetzt geht es weiter. Gute Nacht. Ach, komm, Alter. Weißt du, die Typen regen mich auf. Ich kriege echt Aggression bei denen. Komm, take down. Mist. Kein Take down für mich. Sehr schön. Jetzt geht es erstmal nach oben. Du musst jetzt erstmal da weg, bitte. Dankeschön. So, gleich sind wir raus aus der Grabkammer. Und die Batterie ist ziemlich sauer. Das war mein Plan. Huch. Ah, scheiße. Boah. Ah, okay. Das ist dieser Raum gewesen, wo wir eben drin waren. Was heißt Raum? Diese Höhle. Jetzt mal die ganzen Spähe zurückholen. Möchte echt unbedingt raus. Eine Opferziege. Alter, sticht der schnell zu. Hahaha. Die wollen mich natürlich um jeden Preis aufhalten. Das kann ich auch irgendwie sogar nachvollziehen. Das hat's mir nix. Steckt der irgendwo drin, der Speer? Nee, ne? Nee. Gut, dann muss ich mir den hier zurückholen. Oh. Oh Gott, nein. Oh. Was hab ich denn jetzt bitte getroffen? Das ging voll in den Kopf. Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott. Oh. Fuck. My life. Aua. Ja, das überlebe ich doch nicht. Zeh mir doch nix. Komm schon. Komm. Oh mein Gott. Hält der viel aus. Meine Güte. Alter. Ich hab schon gedacht, jetzt war's das, ey. Jetzt aber ganz schnell. Das ging voll auf die zwölf. Jawoll. Huf. Dann müssen wir das wieder aufheben. Wenn wir jetzt ganz schnell hier raus. Wo muss ich denn lang? Da oben? Das schaff ich doch nie. Wenn ich jetzt springe und den, den Greifhaken gesetzen kann, hab ich ein Problem. So. Aber gar nicht nötig. Das Ding ist so übel. Boah. Das ist so cool. Ja, ja, ja. Freiheit. Freiheit. Jawoll. So muss es laufen. Die Maske von Krati abgeschlossen. Yes, Baby. Me. Kubarata. Kratis. Prasqua. Krati. 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 Das ist ein Fünster. Oh, 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 oh. Ich bin ein Fünster. Ich bin ein Fünster. Das ist ein Fünster. Das war's für heute. Und somit haben wir auch schon wieder eine Mission bekommen hier. Isila Heimat, genau. Wird sehr schwer, aber dafür brauche ich erstmal große Bäschen, sagt er ja schon. Ganz genau. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ist diese Folge auch wieder vorbei. War ein bisschen hektisch da rauszukommen. Wir haben ein bisschen schnell gespielt, aber ich wollte dann um jeden Preis gewinnen, beziehungsweise überleben und da raus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder zurück in den Kommentaren. Lasst ein Like da. Wir sehen uns. Euer Onyx.